Ah, nein. Wo ist er denn? Wow. Machen wir da wieder zu. So, und hier hinten war irgendwo die Höhe. Ey. Ey, da warst du schon... Ah, hier ist... Hier ist Lava. Das war's halt... Hier ist Lava, ich hab Lava gefunden. Warte mal. Kleinen Moment. Aufgabe gestoppt. Jo. Wow. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ich bin tot. Ja, du musst mit herkommen! Wir müssen ja wieder hin. Und unsere Sache fliegen da noch. Ja, ja. gewesen leid leid ich hab grad mein mikrofon stunden gestellt weil ich telefonieren musste nicht dass ich mich gewundert hab hat man mich eigentlich gehört ey Leute ich hab mich einmal so erschrocken ich hab mich oh scheiße ich bin doch ins Wasser gesprungen Duli aber du darfst nicht hinzu ich bin ins tiefere Wasser gesprungen dummer oh man wo war denn das jetzt? keine Ahnung irgendwo wo wieso bist du vor dem Creeper nicht weggerannt ja ich war da du bist erstens vor mir gelaufen und ich war da in so ner Ecke wo war denn das? ich glaub hier ja und dann da hoch dann hier hoch oder? ja 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 aber selber oh das ist dunkel wo sind jetzt meine Sachen? keine Ahnung irgendwo unten das war das was denn? nix das sah grad aus so das sah grad aus so voll verlaufen wo bist du? Ich bin bei meinen, wo sind meine Sachen hin? Ich hab's gefunden! Ich hab einen Creeper gefunden. Hey, hier war ich mal und bin gestorben. Ey, der hat Redstone abgehauen mit seinem Dings und das hab ich jetzt. Und da hast du eine Spinne! In Flammen, die mich angreift! What the fuck? What the fuck? Geh weg von mir! Jetzt bin ich in Lava gefallen! Und ich lebe... Ah, tot. Oh, du bist tot! In der Lava? Ja. Die Spinne hat mich angegriffen, während sie gebrannt hat und hat mich in die Lava geschubst. Und ich find das noch nicht mal. Du musst... Wo der Lavastrahl nach unten geht, musst du weiter runter gehen. Du brennst! Du brennst! Ich bin gestorben. Du brennst bei mir! Ich bin außerdem draußen. Ich hab dich grad zu mir geportet und du stehst brennend vor mir! Nein. Nein. Nein, lass mal... Jetzt stopp, Mann! Okay, wir nehmen... Ich hör nicht zu. Okay, wir nehmen... Ich hör nicht zu. Okay, wir nehmen... Bis dann! Ciao!